Hallo und herzlich Willkommen zu Red Dead Redemption 2. Ja und tempotechnisch hat es in der letzten Zeit ganz schön zugelichtet gegeben. Ich dachte, dass ich sicher bin. Hey, Leute, wir haben ein echtes Problem. Herr Fussar weiß nicht, dass wir uns nicht mehr gehen können. Er weiß nur, wer wir sind. Wenn er uns hier noch ein paar Tage bleibt, dann... Und was ist der Kaptein hier? Wir haben ihn wie ein Haug gezwungen. Wir haben uns mit Bezug auf die Bezug auf den Platz. Also, wenn wir rauskommen, er wird in uns zerbrechen. Dieser Mann wirklich beginnt zu versuchen, meine Patience. Er hat noch nicht noch nie getötetet. Ich mag den Mann's style. Er ist thorough, schrecklich und verdächtig. Aber in diesem Fall, ich sehe nicht, dass wir eine Alternative haben. aber wir gehen und freien unseren freundlichen Kapitän und zerstören die Artillerie. Ich glaube, dass ich mit dir agree. Sie sind cool? Ich bin mit Alberto Fussa jeden Tag, wie ich kann. Okay. Bill, du wirst Javier auf dem Schiff hier beantragen. Micah, Arthur, lass uns zu arbeiten. Sie sind cool? Wir folgen dir. Gehen alle, diese Richtung. Richtig, lass uns nach dem Bein der Artillerie-Post. Leck mich an den Arsch, du kriegst ja echt keine Pause. Geht andauernd weiter hier. Es gibt zwei Schiffen. Arthur, komm mal, geh deinen Knopf bereit. Schau den ersten Mann raus und ich bekomme den anderen, okay? Hey, wir sind klar. Hier, lass uns die Explosiven. Du hast es gut, Kalpok? Ich glaube, so. Wenn du nicht, ich habe meine Gefühle. Shut up, Micah. Komm, geh! Musik. 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 Tschüss. Let's keep moving. Ja, moving mir. Schau, wer kommt auf die Strasse? Komm! Halt auf die Strasse und holt die restlichen! Leckeren Rum hat er dabei. Sollen wir die sprengen? Ich werde die Dynamite auf diesen Kanonen bekommen. Es wird mehr kommen. Wir halten sie weg. Hier, Archer. Wir haben eine bessere Sicht. Gehen wir nicht auf den Keks, sie haben wertvolle Ressourcen dabei. Komm, wir holen sie weg, bevor sie zu nahe sind. Wie geht's mit diesen Kanonen, Micah? Die haben es immer so eilig. Gehen wir in? Ja, auf deinem Weg, Arthur. Los geht's! Der Kampfer ist in diesem blauen Gebäude! Direkt vor! Okay, lasst uns mit diesen Scheiben erst. Du stehst mir im Weg. Dramatische Schlüsse. Du stehst mir im Weg! Du hast einen Scheiben! Deine Du bist willkommen! Alles klar, du kriegst den Kapitän aus diesem Kapitän. Wir werden alles hier verbreiten. Was möchtest du von mir? Arthur, holst du das, Kapitän, damit wir hier rauskommen? Ja, kann ich machen. Soll ich? Ach, quick, quick, immer quick. Wer ist das? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe dich jetzt, du Böder. Wir sind alle Böder, mein Freund. Aber nur einer von uns ist ein Schönergeber. Wir wissen, wer du bist. Und niemand weiß, wer du bist. Nichts deinen Vater. Deine Maggots werden sterben. Mhm. Eventually? Ich bin sicher, wir werden. Aber nicht heute. Und nicht wegen dir. Die US-Navie ist auf dem Weg. Ich bin sicher, dass sie sind. Das ist deshalb, dass du uns verlassenst. Oh, du stirbst hier. Hier! Hey! Du hast mein Leben geschaut. Danke, Kapitän. Ich denke, dass die Leute meine Cargo sind. Dutch Van der Leyen. Entschuldigung, dass du verletzt hast. Kapitän... Let's go. Gentlemen. Back to the ship! Komm schon! Was ist mit Fussor? Ich habe ihn nicht gesehen. was ist mit Fussor? Mehr hat er nicht. Mehr hat sich in Fussor? Wo soll ich hin? Okay Another one, suit him Finn, go Keep going, just get to that boat Look out on the left, this one on the hook Come on, let's finish this corner Push up Let's move Why aren't you shooting that boat, my man? Erstmal eine ballern, ne? What machst du für Sachen? Okay And do, who wants to? Come on Come on Hey, Fuso ist auf der Seite In der Tower? Ja, ja, das ist er Ah, dieser verdammt Idiot Komm! Wir sehen dich! Wir müssen ihn runternehmen Ich glaub, äh Ist nicht so Gewollt Harte, da ist noch eine Cannon auf der Seite Könntest du da hin? Ich versuche es Was? Ich hab nicht zugehört Ach so, da hin Use die Cannon da hin Ja, ja, ich Use die Cannon Ich hab ihn für dich, Javier Captain Kannst du das? Ich bin gut Komm, wir gehen mit der Tide bevor ich noch mehr Überraschung mit den Lokal officials Willst du okay? Wir werden wie du Wir werden wahrscheinlich Wir werden wahrscheinlich zurück in Haiti Believe in mir Wir werden lange durch Geld Good Danke Wir haben überraschend Wir haben überraschend Wir haben überraschend Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was bedeutet, was jetzt? Ich meine Wir gehen nach Le Moyne wieder Und wir sind alle Menschen Wir sind Einmal 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 Wir gehen nach Was jetzt? Wir gehen nach Blackwater Nein Warum nicht? Weil Die letzte Sache sie denken ist für uns Wir haben lange und fühlt sich wie unsere Glück ist Sie wissen? Wir sind nicht zurück Wir haben wir haben noch noch wir haben Wir haben nur noch noch wir Wir haben eine Hey, Broke, alone, they're gonna pick us off, one by one. And you know it. Maybe. Not. Maybe. We need to split up. Keep a low profile. Try to track down the rest. But, carefully. See if they send an email. Arthur, you check Shady Bell. We'll find each other eventually. We always do. And then what? Then we meet up. We gather the family, we get some money, and get the hell out of there. That's the plan. We all acting crazy. And that's not what I thought we were gonna be doing here. We've been in a bad way. Listen. I will kill for my family. Any of you want to judge me for that? That's fine. But that is who I am. Anyone disagree? Anyone? I don't know. Wer ist das? Van Horn? Drecksloch? Van Horn Trading Post, yo. Ja, wir sind zurück. Such in Shadybell nach der Bande. Haben wir ein Pferd? Dein Pferd ist fort. Wie, wie, wie fort? Warum ist es fort? Ungarisches Halbblut. Easy, ist okay. Woah. Let's move. Komm, ich muss dich mal, äh... Irgendwie wird mir nicht angezeigt, dass ich ein Kopfgeld habe, okay? Boah, dieser verkackte Leuchtturm, ne? Ich weiß noch nicht, wie man, wie man überhaupt hinkommt. Aber ich muss einfach mal. Jedes Mal denke ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich nach Van Horn komme, wenn ich da hin soll, dann gucke ich ihn mir an. So, und jetzt sind wir nach Van Horn gekommen, wo wir auch da hin sollten. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Wir haben gar nichts. Wir haben echt nichts. Sieht fantastisch aus. Ganz ehrlich. Na ja, und wenn du dann mal guckst, ne? Was kam jetzt raus? The day before. Eine verarsche Sondergleichen. Tja. Ich habe keine Ahnung, warum der hier ist. Versteckt ist da offensichtlich nichts. Eine Muskellungendreier. Das ist doch mal ein Geschenk, was man mitbringen kann. So, hier geht es dann runter. Okay. Ich kenne doch meine, meine Leute, die können sich doch nicht selber ernähren. Und wenn die da so einfach rumliegt, die Muskellunge. Na, du ungarisches Halbblut. So. Dann mal auf. Dann mal auf. Ich soll den ausschalten? Gut. Ich selber reiten. Dann mal auf. 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 Ja. 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 Hello? Hello? Anyone here? Da ist ein Brief, ne? Ich hoffe, dass du und deine Züge lieben sich selbst lieben. Ich und deine Grandnieces haben entschieden, um eine eigene Reise zu nehmen, als der Ort ist so dreary und Gottforsachbar in deinem Absatz. Wir haben zu besuchen, unsere Eltern zu besuchen. Von meinem Vater. Du bist noch nicht mit ihnen in Lekay, ein kleines Village, just north of Saint-Denis. Es ist buggy und muggy, aber wahrscheinlich nicht so schlecht in diesem Jahr. Bitte, kommen Sie uns an, wenn Sie können. Sie sind, Caroline. Danke. Liebe Caroline. Ich glaube, ich komme zu sehen, dich in Lekay. Melton immer wieder zurück, jeden Tag, um zu suchen. Es ist ziemlich sicher, eine Gang von Verlusten hier. Niemand ist hier. Sie sind hier. Sie sind frisch. Sie sehen, dass jemand hier gerade sein könnte. Niemand ist hier. Es gibt immer jemanden überall. Wir schauen uns dann, und sehen, ob Sie können etwas für Mr. Milton finden. Mr. Milton? Ich würde ihn finden, für ihn zu finden. Das ist genug, Mr. Johns. Du gehst Mr. Bunter, und schaust ihn zurück. Mr. Orley. Wir gehen in, gentlemen. Be careful. Shit! Das ist hier! Shit! Ich bin super. Ich habe nicht Hausten. Okay. Ich habe einen kleinen Barsch drauf. Ich habe einen Kirmfelraum. Ich habe einen Kugeluffang. Du bist der Kugelotto. Ich habe einen Kugel. Ich habe einen Kugel gelassen. Ich habe einen Kugel. hast aber auch hier nur action das war so entspannend mal das spiel auf einmal muss ich sogar selber reiten hier und Wo reitet der Gaul hin? Ich muss hier selber reiten. Was ist mit dem Gaul? Will der wieder zurück zu seinem eigentlichen Besitzer, oder was? Er dreht einfach um. Er dreht einfach um. Er dreht einfach um. Er dreht einfach um. Hey, alle, schau mal, wer ist hier. Hey, ihr seid. Hey, old man, warte. Hey, Arthur, sie haben John. Good to see you. Ja, er wurde verraten. Er noch nicht geholfen? Nicht noch. Er hat ihn geholfen, in Sissika. Er hat sich gearbeitet an eine Schrein-Gang. Er hat ihn geholfen, in Sissika, in Sissika, in Sissika, in Sissika, in Sissika, in Sissika. Er hat uns geholfen, Dutch. Er hat uns geholfen, in Sissika, in Sissika, in Sissika, in Sissika, in Sissika. Er hat sich geholfen, in Sissika, in Sissika, in Sissika. Das ist Agent Milton mit der Pinkerton-Detektiv-Agency! Oh Gott, kann der einen nicht einfach mal auf... ...kannst du alle, die du hattest, nicht wahr, Bill? Das ist wirklich schnell! Bleib unter, Ollie! Gott, verdammt! Kein... Wo sind wir? Das ist klar! Das ist klar! Da ist eine Schrauchung in der anderen Haus! Wir können versuchen, sie zu flanken! Das ist klar! Komm schon! Seid mir! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Okay! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Du hast es für wenigstens! Jetzt werde ich die Kraft geben und du kannst es für Brutalität! Kein Weg von euch! Ich werde dich schaden in den Schaden zu der Erde und zu Ende der Zeit! Komm schon! Komm schon! Das Idiot hat wirklich angefangen zu irritieren! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Wir müssen ihn zurück! Okay, wir müssen ihn zurück! Hey! Wir müssen ihn zurück! Wo sind sie? Ja gut, komm! Ich bin der letzte, was ich... Es gibt mehr von ihnen! Geh auf die Gatlinge, Arthur! Wir werden dich töten, einen Weg oder anderen, verdammt! Scheiße, wir haben mehr auf der Seite hier! Schau dir die Hände! Schau dir das, was ich hierher? Schau dir das, was ich hierher? Schau dir die Hände! Mehr hierher, Arthur! Sie sind weg! Die Hände sind weg! Das ist so, was ich hierher? Das ist so, was ich hierher? Das ist so, was ich hierher? Du bist so, die Hände, die Hände! Das ist so, was ich hierher? Das ist so, was ich hierher? Bill und Sadie. Du bist okay, Junge? Natürlich. Wir sind nicht mehr als ein paar Tage zurück. Was machen wir, Dutch? Ja, wir müssen weg. Es dauern sie ein paar Zeit, um zu regroupen. Herr Pearson, Frau Grimshaw! Starten zu holen! Javier, du und Bill, raus! Geh aus hier! Geh aus irgendwelchen Schäuern, wir brauchen ein paar Tage. Jetzt! Bitte, Herr Schäuern! Was ist jetzt, Dutch? Wir brauchen nur ein paar Zeit. Wir brauchen nur ein paar Zeit. Wir können nicht nach links, denn dann werden wir in den Meer, also müssen wir nach links gehen. Wir brauchen nur jemanden, für mich ein paar Zeit, ein paar von dir! Du wirst es herausfinden, Boss. Du immer wirst. Was wird es tun mit John, Dutch? John? Er ist in der Kirche. Wir holen ihn. Abigail, aber nicht noch. Es gibt die Hände, die Hände! Es wird nicht dazu kommen. Dutch! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Ich bitte Sie, zwei. Sie werden ihn in der Kirche. Die Mädchen, Hart. Bitte, mach was. Wir werden uns. Okay. Ich will herausfinden, wie wir diesen Schäuern retten. Ja? Ja, jetzt. Gib mir einen Toil's Tavern, eine Million Avenue. Okay. Okay. Der ist immer so geil. Leck mir den Arsch! Kann ich jetzt mal ein bisschen Ruhe wieder haben? Ich geh wieder angeln. Ich schwör' euch das. Herr, mein Gott. Was ist ein Schäuern. Alles. Ich bin nicht sicher, was passiert im nächsten Mal. Die ganze Sache war schwer auf uns. Aber die ganze Sache war sehr schwer auf uns. Aber die ganze Sache auf Dutch. Wer sieht halbischig aus, von all die wir durch. Wer bist du? Töte zwei Pinkerton während... Ja. Lande fünf Kopfschüsse mit der Gatling Gun. Aha. Okay. Mit 70 Prozent Geld. Der Gatling Gun ist nicht für Genauigkeit gemacht. Wer bist du? Bist du... Du bist Ulf! Ulf ist wieder da! Ja, komm her. Erstmal stregeln. Hab dich ja nicht erkannt. Warst du schon die ganze Zeit so dunkel? Boah. Hast du gewartet, ne? Alright boy. Hast du rein. In a while boy. Good morning. So, was... ...was... ...was haben wir denn jetzt hier? Tja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenhorne. Da ist irgend so ein Biber. Ja, haben wir nur noch Hauptaufträge, wa? Ansonsten nix mehr hier. Gut. Was haben wir denn hier? Dutch. Dutch möchte mit mir sprechen. Ja, Dutch möchte immer mit mir sprechen. Sadie nehme ich mal an. Wäre das... ...dat naheliegendste, ne? Wir müssen... ...müssen... ...John befreien. ...dass... 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 ...wisset ihr was? Dann... ...machen wir... ...heut mal ein bisschen... ...früher Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Mich... ...irritiert es ein bisschen. Also die Geschwindigkeit des Games hat sich in der letzten Zeit... ...vervielfacht. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Ist schon cool. Ja, also wie sie... ...wie sie jedes Storytelling betreiben. Ist schon cool. Und... ...mein Zylinder hat... ...mehrere Einschusslöcher. Sehe ich gerade. Oh... Vor allem immer so einen geilen in Stirn nähe. Naja. Ich wünsche euch was. Bye, bye.